T-Man, ich will ein Kind von ihnen. HL Half-Life, es geht um die Halbwettzeit. Ein Horrorshooter, by the way. Ich hoffe, es ist für euch. Okay. Ho, zu dem nächsten Part von Half-Life. Alle Forscher oder Wissenschaftler stehen jetzt hier irgendwie rum. Ich glaube, die wollen uns helfen. Okay, da waren wir gerade drin, da war nichts. Oh, kein Gott. Kann es sein, dass es da war, wo der Aufzug abgestürzt ist? Da geht es nicht lang. Da auch nicht. Dann lassen wir das einfach mal. Na, du Zombie, du wolltest gerade böse sein. Okay. Äh, die Lampe mal aus. Ha! Lord G-Man! Ich hatte so einen Verdacht, dass das passieren könnte, aber der Verwaltungschef wollte einfach nicht zuhören. Das ist der Verwaltungschef. G-Man! Ich will ein Kind von Ihnen! Ne, hä? Wisst ihr jetzt, wer G-Man ist? G-Man ist der Mensch, der... Und wie kommen wir da jetzt weiter? Ich will jetzt nicht sogar drunterspringen, wenn ich eich bin. Mach ich auch nicht. Ja, also, los! Wohin denn? Alter, G-Man, ich dachte, du wärst unser Kumpel, irgendwie. Ich werde hier bleiben und auch meine Kollegen warten. Hier liegt noch ein Kind, wieso kann ich das nicht mitnehmen, Alter? Wieso kann ich das nicht mitnehmen und dann, wenn ich Bock hab, das mir irgendwo reinschieben, Alter? Das ist das Fault-Dorf! Okay, da durch. Dr. Van Buuren. Du bist Dr. Van Buuren. Ah, schön, sie kennenzulernen. Hier war ja nichts, nirgendswo. Only two grenades, but that's not so toll. Ich werf mal eine Granate runter und guck mal, was passiert. Was war, boom! Jetzt holen wir uns wieder eine. Machen wir nochmal, boom! Nein, machen wir nicht. Komm mal wieder runter. Dann bleib halt um. Okay, wir leben vielleicht ein bisschen länger, wenn wir zusammenarbeiten. Cool. Dann lasst uns zusammenarbeiten. Da ging Shenyang zu lang. Da komm ich her und da bin ich auch hergekommen. Deswegen muss ich wieder hier lang. Ich wüsste nicht, wie ich sonst laufen sollte. Jetzt sollten ja nicht mehr so viele Gefahren auf uns warten. Weil der Kerl kommt nicht mit, das ist schade. Komm mit! Lala, 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 lala. Komm doch mit, mein freuer Freund. Jetzt ist er wieder hier bei dem Kaffee und Co. Was macht... Ist er so laut? Ist es die Kaffeemaschine? Nein, glaube ich nicht. Kann man den Pfeiler schon rausholen? Pfeiler schon. Nein, der ist nur ein Bild. Ich habe in meinem Zimmer auch ein Bild von meinem Feuerlöscher hängen. Falls es brennt, dann kann ich das anschauen, wisst ihr. Komm schon. Komm doch! Komm! Weißt du, dass du scheiße bist? Mach mal ganz aufwarten. Komm! Okay, nochmal. Jetzt. Komm mit. Unsere Chancen stehen besser, wenn wir uns zusammentun. Komm. Geht doch. Komm auch nochmal. Komm, Alter! Der ist echt schwer zu begriffen, müsst ihr wissen. Da war ein Headcrap, den wir noch nicht getötet haben. Obwohl, anscheinend haben wir es doch schon getötet. Ach so. Ich mache mal das aus, weil es zu laut ist. Das geht nicht mehr aus. Schade. Viele, 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 bunte Monster warten auf uns. Hey, jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Hm. Ist hier offen vielleicht? Ist gar keine Tür. Ja, auch gut. Gut, dann habe ich hier noch eine Idee, wie ich weiterkomme. Da war ich vorher schon. Da ging es nicht weiter. Nein. Kommt ja durch. Ne, ist nur ein Fake-Gitter. Ich glaube, dann muss ich nochmal hier hoch. Und dann hier schon. Hier war ich ja schon. Hier war ich gerade eben. Dann. Hier auch. Da links. Hm. Willst du jetzt bestimmt auch so einen Teil decken, weil ich da so vorbeikrieche. Ich glaube, hier geht es dann gar nicht mehr weiter. Wenn ich ehrlich bin. Ja. Wow. Und wie komme ich hier jetzt weiter? Tote Headcrap. Hier. Hier bin ich ja gerade hergekommen. Genau. Dann da lang. Das kommt wie dieser komische Raum, oder? Ja. Bist du leise? Das macht mir echt Angst, der Raum. Ich glaube, ich gehe da mal hoch, die Leiter. Nee, das bringt mir nichts. Dann vielleicht... Upsa. La 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 la. Gehe ich da wieder hoch? Wo ich ja kam. Also halt, wo ich vorher auch hingegangen bin. Ah, Mann. Ist ja alles so komisch. Ich meine, wer baut hier sowas hin, ne? Ich würde das Ganze, wo ich hier bin, eigentlich mal von außen gerne ersehen, dass es so aussieht. Das fände ich geil. Was ist in der Wand? Und hier ging's lang. Wand. Wand. Links. Wieder links. Ja, ich weiß echt nicht, wie es jetzt weitergeht. Hier war ich überall. Da oben bei auch nichts. Meine Kollegen, ist man unser Wissenschaftler und doch immer gern behilflich. Sie müssen mich hier lassen, Freeman. Diese Erschreckstilese verfolgen eine einzigartige parasitäre Strategie. Finden Sie nicht auch? Wo sind wir hier? Wenn der J-Man da schon steht, wie soll der uns nicht aufgemacht? Finde ich jetzt nicht fair. Aber wenn ich mich in den Aufzug stürze, dann sterbe ich doch, oder? Bin mir sicher. Hm. Brauch ich da nicht irgendwie hin? Hm. Wenn ich da irgendwelche Boxen hätte, könnte ich da hochspringen. Das wäre voll sinnvoll, aber es geht nicht. Komisch. Kann ich auf die Köpfe springen? Wie geht das? Mein Doktor Graf nutzt mir heute auch nicht gerade sehr viel, ne? Glaube ich? Also ich hoffe wirklich, Sie wissen, was Sie da tun. War ich eine so große Belastung? Na, komm. Stell dich bitte hier drunter. Ich halte Sie auf und fach. Schon gut. Sie werden nicht einmal merken, dass ich Ihnen... Sie würden sich das wahrscheinlich nicht nochmal anders überlegen. Wie in die Uhr. Und ich halte Sie auf und fach. Mit meinem Gehirn und Ihren... Sie würden sich das wahrscheinlich so nicht... Also, los. Ich werde warten. Ja gut. Soll's warten. Ich will nicht auf deinen Kopf springen, dann da hoch. Jetzt bleiben wir, bleib doch da! Also, dann los. Ich habe was gedrückt. Wer ist für diesen Schlamassel verantwortlich? Der da oben, der ist krass. Ja. Würde ich sagen, warst du von dem Part. Weil ich jetzt langsam die Ideen... Ähm... Mir die Ideen ausgehen. Ich sag, das anschauen. Und, ähm... Wenn... Ich die Idee gefunden hab, dann... Geht's wieder weiter. Das anschauen. Tschüss, euer Zecafreg. Ciao. Welche Zeichen, Alter? Aber kein Scheiß. Okay, das anschauen. Tschüss, euer Zecafreg. Okay, ciao.